und sich schon wieder dass die Fackeln genauso asymmetrisch stehen aber äh stimmt was recht ne die vorne rechts die steht da auf Fail Hörbett Auer Auerhaar Auerhaar getötet wird das Maul kriselte der Einzorgang ist was von der Teil ist schon der Action hier ja ne ist voll schlimm wir sollen nicht von den Bürgern von der Verband hier ich bin da nur runtergegangen warum ist es schon so die kippt aber es ist ein bisschen schießen und ab in meinen Notfallkammer das Toil der Kamin jetzt umgedreht die Erwannsbett oder wie sehe ich die Sache so das stimmt Alex Hallo immer Bubu machen nicht dabei die schilder schon da mit in der truhe hallo wie ich wurde vergiftet wie ich hab fleisch wie du wurdest vergiftet seit wann können spiel so weiß ich gelobt habe wegen dem kabel sohn ich habe mich jetzt gar nicht schlafen sehen das ist scheiße tja von der schwarze schlecht wird in der luft sie sehr oft ich möchte gar nicht so erster der stelle blöde rum der stelle der stelle im arsch in meinem gesicht also das was ich eben gemacht habe alex wie war die die ip hier fliege xd oder sie sind text.de schink text text.de ich habe mich da hast du hast du dich schon freigeschaltet weder ja nico er sagt es doch vorher schon freischalten soll ich weiß gar nicht ob ich Lust habe drauf zu kommen ja vielleicht erst mal das wäre eine idee du sag mal seid ihr eigentlich schon mal im bett äh ich war die ganze zeit auf dich ich ziehe mir gerade was zu essen rein warum wir sind im bett alle sind im bett aber nein du hey ich sehe bloß kein bett ja alex liegt und wanderscht also pen doch unten ja ja das muss ich sagen ich warte gemütlich guck mal ab und zu zum wasserfall runter wo der denn bleibt ich muss mich jetzt aber leider aus dem game verabschieden muss er arbeiten so war noch fix die Türe zu immer noch der gleiche Job immer noch die selbe Käse scheiße ach da hab ich vielleicht auch toll komisch hier passiert am meisten das ist doch nicht bei der hauptwohnsitz das nächste Mal da steht es direkt vor der Tür und ich mach die Tür auf ah es steht hier drin ah es muss hier raus ich muss gleich schon ich gucken warte da ist es in der Bude ne Leute ich fahre die das Schwert ist drin verdammt hey was geht denn da ich krieg das noch so guck mal sie uns sehen wie okay Leute das war's komm mal her du Mistvieh ey sag doch komm mal her so stimm ich hab mir hier ausloggen ne so da hat man hat den Tag gerettet oh Gott ey so also jo zwei drei alle vielen jetzt weiß ich was ich mehr machen sollte ich hau ab macht's gut ciao ciao wir sehen ciao ja ich sabbel einfach weiter und merke dann erstmal das aufgelegt wurde uncool ja er hatte das Gespräch jetzt habe ich das was waren das für eine Aktion hier grad wie viele Aktion kann ich doch nicht dafür ja da stand einfach vor der Tür und ich mach sehen ruhig die Tür auf ja ich dachte auch nur scheiße hey das ist ein Pfeil ich will mir das Schaaf schafft die Schaaf schafft die Schaaf erfolgt mir hm na ich hab mir gar nicht die Zweitwohnung da angesehen also den gegenüber die ich hab mir das auch nur ganz kurz angesehen also ich hab noch nicht so viel Ahnung darüber aber fail fail oh dass ich bin ich bin deine spinne nein die knuddel ich jetzt aber moha hey warum kriegst du die Seidemann das ist uncool ach die schriftlich mein Leben und du kriegst die Belohnung ja so wie im echten Leben es fehlt mir ein Koppelstor das kann nicht wahr sein oh das tut mir jetzt aber leid für dich du ich könnte dir ja was geben haste einen musst du da einmal rein machen du wirst mir nicht geben bam bam dann kann man nämlich auch schön leicht hoch gehen und dann da komm ich dachte du bist grad da hoch gegangen hier guck mal hier die Fackel ist unsymmetrisch ah ja stimmt die stimmt noch nicht verdammt jetzt schon was schneller jetzt stimmt sie wieder springt da rein hui verdammt ich bin auch eingefallen hey geh hoch geh hoch geh hoch geh hoch du kannst hier er weise es selber ja aber nicht dass du mir da ein Boot auf den See machst hey die fang ich doch gar nicht die das war bloß eine lause gefackelt ja und wichtige Rohstoffe du hast fucking gekackt was die fackeln gekackt dazu beim schwimmen das kriegt auch nicht hin schwimmen scheiße jetzt ist da unten schaffen will ich wieder nach unten nein ich gehe nicht nach unten jetzt wollte ich beinahe sagen mit sonic macht bitte nicht rot du bist kein bot das ist nicht viel weiter passiert in der anderen hey da ist ein pilz warum ist ein pilz in meinem wert hier pilze unten rum warum ist ein pilz in meinem privatklo weiß ich doch nicht du hast einen pilz gefunden in der höhle ja und jetzt weiß ich mir was ich wollte oder nicht oder doch ja stimmt was ist denn das geheime truhe hier stimmt wie stimmt was jetzt schon wieder aus tun kann man auch böden bauen plus als kleine was denn jetzt hast du mir fehlt ein glaube ich ein ein vergessen ach so ne das habe ich gerade nicht einstecken ja tut mir leid ich dachte jetzt das verdammt jetzt guckte nein ich mache nichts lauter ich bin noch nicht lauter machen wie sie das jetzt aus hier außen fasadet bloß kam es dann innen dann clean stone ja da musst du keine fragen das hat der vogel alles gemacht jedes mal ein bisschen holz zwischendrin durch das cobble stone das clean stone das seite und eis schwert packt mit einmal ein sein ja feine 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 mal ganz viel zu wenig feine ich hole mir jetzt hüller freier fall wenn ich immer treffe glas das kraft ist klassisch pro class und klick doch ich habe noch 13 der rest hatte kreis oh scheiße wir haben noch sand kannst du in den ofen ist ich auch was in den öfen drin nehmen in den öfen so dreck nicht doch da ist doch steck glas drin perfekt da ist ein huhn ich hole mir das huhn denn die dünn komm herr du huhn keine fehler und evil huhn ist grad tot oh nein und ein bisschen ist das evil huhn es sieht voll geil aus auf der homepage ja ja ich dachte immer so was das denn ich hab einen toll bist du da jetzt gerade runtergefallen das war mein scharf was ich runtergeschubst hab ich seh grad nur so hui ich brauch noch die wolle ah ich hab die wolle eine wolle ist das scharf weil ich gerade runtergeworfen hab ich mach ich mal den kleinen wasserbehälter mal hier zu einem brunnen mach das woanders liegt auf dem besseren pc geht es kohle sollen wir gleich noch mal in die höhle können wir gleich machen jetzt ist ja nicht da wenn wir nichts macht ja außer die hütte ausbauen und noch so andere sachen aber der macht nix absolut gar nicht aber mir sind gerade mal eben wieder zwei krieg entgegen kommen als ich hier so rumgelaufen bin ja ich habe das vorhin zu sehen ich habe vor uns mal kurz zwischendurch reingeguckt und dann habe ich gesehen wie du zwölf wird also wollte gerade irgendwie eine ecke ausleuchten ja hier wo ich jetzt gerade bin naja du kannst mich jetzt gerade nicht den kohle song was in kohle sondern da muss ich dann irgendwie feiern und wie feiern wie ist da jetzt ein loch jetzt sieht nur so aus entwarnung ich habe sex pro kohle ja was ist denn kai was kaisern noch da warum macht man die danach man versteht nur du und sonst nichts heißt das nicht dich mixer 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 mal ganz normal weiter ich ja du du sollst einfach labern 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 um ja damit mal gucken kann ob du laut genug ist ach so und wer will das wissen keine ahnung die da ich hoffe dass es funktioniert jetzt so jeder ja die da ach so und ach die ja ja genau kann man nur wird so dunkel jetzt geht es jetzt höre ich den verdammt laut ja wenn ich immer nach dem creeper schreie dann platzende die ohren du jetzt mal schlafen gehen jetzt ist er mal wieder stolz auf mich ja ich komme ja schon hoch hoch unten hin zu gehen nein ich will nicht am pc leiser machen das ist mehr zu viel arbeit ich möchte jetzt auch laut hören dann höre ich die musik auch laut und die töne in minecraft die ich eigentlich die töne in minecraft was für musik musik habe ich eben gehört das sind von musik nein meine musik ich habe webradio währenddessen immer was kein kennt nur gute tipps er weiß selber keiner erkennt nur welche komisch jetzt höre ich ein rauschen von mir ja wahrscheinlich aber ist noch leise und erträglich ab ins bett warum kannst du da unten hinten rum ich habe das da noch ausgebessert und so und ab jetzt auf geht's ich jetzt ja da drauf gestorben stiegen stiegen mut drauf aus welchen ganz um als weg gegangen ach so wie finde es so der erhöhlenvorbereitung jetzt weiß ich auch was hier weg ist das geld ist weg geld ich habe hier woher holz war gelb hat gehabt gehabt das mochten die alle nicht also kein mal wieder und jetzt möchte ich da an der schlaf ecke dann rastet er aus ich habe keine rote farbe mehr sonst könnte ich vielleicht orange wolle machen da vielleicht sind karo muss dahin machen und hier geht das natürlich nicht aber ach da hat er die lava hingemacht der hat jetzt immer hier fackeln aber da der lava egal wir holen jetzt neue da war bereit ja natürlich auch jetzt endlich ein mist ausladen hast du holz ja ich habe holz ich habe auch als erde pflaster stein die wolle kommt gleich raus das hier ist zwar nicht aber das brauche ich glas das nehme ich mit dass diese eine verkackte greenstone macht jetzt diesen einen irgendwie platz lernen die muss dann gleich mal irgendwo hinsetzen das macht mich sonst vorrückt sorry wollten der ja nicht hingetraut ja gut draußen entsorgt ein schild kann ich behalten pflasterschein behalte ich einmal behalte ich die erde tue ich mal dahin das schild behalte ich da die axt brauche ich eigentlich nicht aber die nehme ich trotzdem jetzt vielleicht machen wir auf den weg holz brauchen wir vielleicht notfall holz ich habe 37 baumstämme dabei cool ich glaube nicht dass wir irgendwas braucht man holz stimmt ich habe 45 ja so wie vorhin ach ja schilder könnten genau schilder 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 nimmst die anderen zwei was macht die gäbe wolle da drin und hast du eisenspitz hacker damit genommen einer ich kann mir noch nicht nehmen und zwei damit ich mache mir noch eben noch eine stein um nicht den ganzen links zu verbrauchen die ganzen eisen wo ist das ganze heißen das ist jetzt draußen natürlich ist so was ja das fehlt mir einer egal nun ja feuerzeug brach auch nicht kompass kann man brauchen kohle bau ich brauche ich glaube ich wieder genommen was ja aber nicht aufgehoben ist ich habe noch einmal zwei kann ich brauchen du das einmal ja ich habe einmal 1 1 1 und ja dann ja ich weiß der kompass sieht irgendwie ethisch aus dinge sich mir mal noch ein paar dinge spitz hacken macht das und diese diese scheiß elendige schaufel die hat auch kein leben mehr eigentlich noch dreimal benutzen und dann ist einmal benutzen so dann verabschiede dich vor dem zu hause wir werden es lange nicht mehr sehen ja steaks hast du hast du essen dabei ja zwei aber nicht noch mehr zwei noch ich nehme ja noch ich habe vor uns halt noch vom schlafen gehen zwei verdrückt weil ich noch ein herz hatte komm her wir fehlen noch drei herzen gibt es irgendwo schweine 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 nein keine schweine schade keine steine 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 werden jetzt genug sehen hoffentlich hier mache ich auch mal den gang breiter man da beiseite hier zubauen fakten habe ich auch noch genug dazu eine schön symmetrisch symmetrisch ich glaube hier ging es runter schubs mich muss ich jetzt runter warum hier runter ja wenn du weißt wie na leitern haben wir natürlich sofort dran gedacht ja ähm nein ich bin nicht so todesmutzig na dann dann